In diesem Video geht es um die besten Garming-Stühle. Der Qualitätssieger in unserem Garming-Stuhl-Test geht an den DX Racer 5. Der Chefsessel DX Racer 5 überzeugt durch hohen Sitzkomfort, seine sportliche Optik und wertige Materialien. Stellen Sie den Racer ganz nach Ihren Wünschen ein. Der Robas Lund DXR ACER 5. Harte Spiele-Session verlangen nach einer besonders exklusiven Sitzmöglichkeit. Mit dem DX Racer Garming-Stuhl kommt flottes Design, Mobilität und ultimativer Sitzkomfort in die Spiele- und Arbeitszone. Dieser hochwertige Garming-Stuhl besitzt eine exakt anatomische Form. Der Rücken hat gleichzeitig Stütze und weiche Polsterung. Er gleicht einem Sportsitz. Das Kennzeichnen seine seitlichen Erhöhungen, die Aussparungen im Nackenbereich und die stylisch integrierte Kopfstütze. Die geschwungene Linienführung vom modernen Schreibtischstuhl passt sich wirklich formgerecht den Konturen von Rücken- und Lendenbereich an. Zwei stabile Armablagen kompletieren das Feeling. Das trendy Design macht zudem auch vor dem soliden Nylon-Fünfer-Drehkreuz nicht Halt. Die Absetzungen auf Stern und Rollen wirken pfiffig und stimmig zum Rest. Gerade hier spielen besondere Gadgets eine wichtige Rolle. Gelungen designt und komfortabel entwickelt, bringt dieser Garming-Stuhl bei heißen Kämpfen in der Unterwelt niemanden mehr aus dem Gleichgewicht. Armauflagenmasse, 28 cm x 7,6 cm. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der GT Player Garming-Stuhl. Die Machart der Oberfläche ist von den Leinen. Deshalb kann der Stuhl in schwülem Sommer auch immer kühl bleiben. Darauf werden sie sich nicht sehr heiß fühlen. Und im Winter wird die aus Leinen bestehende Oberfläche nicht so kalt wie die aus Leder. GT PL AY-ER strebt nach dem besten Komfort. Der Stuhl ist aus Stahlrahmenstütze. Er kann ganz einfach den Lasten von mehr als 160 kg ertragen. Die Rückenlehne kann sich zwischen 90 und 150 stufenlose verstellen. Er ist auch mit Wippenfunktion 15 bis 20 verstellbar. Sie können sich an die beste Unterstützung anpassen, basierend auf ihre Änderungen in der Haltung zwischen Arbeit und Spiel. Die beste Wahl für Büro- und Mittagspausen. Das ergonomische Design bietet ganz bequeme Unterstützung für Kopf, Schultern und Taille, um ein optimales Sitzgefühl zu erzielen. Lendenkissen gibt Ihnen die bequemste Unterstützung für Ihre Wirbelsäule, entlassen Sie sich den Rückenschmerzen. Kostenloser Ersatzteil für beschädigte oder defekte Teile innerhalb von zwei Jahren detaillierte Anleitung ist einfach aufzubauen. Bei Fragen nehmen Sie einfach Kontakt mit dem Hersteller auf Amazon auf. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Garming-Stuhl-Test ist der Jolio Garming-Stuhl. Der Garming-Stuhl verfügt über ein ergonomisches Metallgestell, das die Stabilität und Unterstützung des Sitzes effektiv verbessert. Die drehbare und höhenverstellbare Armlehne kann über Anstrengungen der Schultern, Arme und Handgelenke zu vermeiden. Die Rückenlehne des Garming-Stuhls kann von 90 Grad bis 155 Grad eingestellt werden. Sie könnten den Neigungswinkel steuern, indem Sie die Sitzstange einstellen. Ziehen Sie nach oben, um den Winkel zu ändern, und nach unten, um den Winkel festzulegen. Die von SGS International zertifizierte dreistufige Pneumatikstangen gewährleistet die Festigkeit, Stabilität und hohe Qualität des Garming-Stuhls. Die Nylon-Basis des Garming-Stuhls ist mit hochwertigen Puh-Rädern ausgestattet, die maximale Stabilität des Stuhls gewährleisten und die Tragfähigkeit des Stuhls verbessern. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Aufен Historical-Stuhl. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.